Stell dir mal vor, du hast richtig viel gemacht. Stell dir mal vor, du hast ganz viel für deinen Wortschatz gemacht. Wenn du das in Stunden beziffern könntest, was würdest du da sagen? Schreib es mal gerne in die Kommentare rein. Wie viele Stunden hast du dich schon mit deinem Wortschatz beschäftigt? Stell dir einfach mal vor, du hast dich 10.000 Stunden mit deinem Wortschatz beschäftigt. Was würde dann passieren? Und jetzt kommt es. Es ist unglaublich, was passiert, wenn du 10.000 Stunden an deinem Wortschatz gearbeitet hast. Egal was, egal was es ist, wenn jemand richtig gut ist, hat er 10.000 Stunden, hat sie 10.000 Stunden gemacht. Und jetzt denkst du, Alter, jetzt übertreibt man nicht so. Aber tatsächlich, es ist so. Egal, ob jemand ein Klamier spielt, egal ob Violine, ob jemand ein guter Fußballer, gute Fußballerin ist, Tennis-Spieler, Musiker, was du möchtest, du musst 10.000 Stunden gemacht haben. Es gibt keine Abkürzung. Du kannst mehr Gas geben. Du kannst jeden Tag mehr machen. Aber 10.000 Stunden ist das, was du gemacht haben musst. Und jetzt meine Frage an dich, wenn du an deinen Wortschatz denkst, wenn du an deinem Wortschatz arbeitest, wie viel Zeit nimmst du da in Kauf? Wie viel Zeit investierst du, damit dein Wortschatz besser wird? Bist du schon im Online-Kurs, übrigens hier unten drunter ist einer, redest du jeden Tag mit anderen Menschen, redest du bewusst mit unterschiedlichen Menschen? Lernst du bewusst neue Worte kennen? Kümmerst du dich darum, dass du jeden Tag drei neue Wörter lernst? Übrigens, hier oben ist das Video dazu. Unbedingt reinschauen. Du wirst merken, das ist gigantisch, was da passiert. Wenn du es schaffst, dich 10.000 Stunden damit zu beschäftigen, wirst du merken, wow, ich werde immer besser. Wow, das wird ja immer mehr. Aber dafür musst du einfach Vollgas geben. Dafür musst du Geduld haben. Du musst einfach sagen, ja, ich arbeite dran. Ja, ich kümmere mich drum. Aber ja, das dauert. Stell dir einfach nur mal vor, du kümmerst dich jeden Tag fünf Stunden um deinen Wortschatz. Du redest mit anderen Menschen, du liest, du sprichst Nachrichten nach, was immer du machst. Du wirst merken, da passiert was. Dann hast du 365 mal fünf Stunden sind 1.800 Stunden. Wenn du das dann sechs Jahre gemacht hast, ja, sechs Jahre, dann wirst du merken, wow, da ist ja richtig was passiert. Wow, ich komme ja richtig gut vorwärts. Und dann wirst du merken, jetzt gehöre ich zu den Menschen, die die Sprache gut verstehen, die Sprache gut sprechen, gut lesen können. Alles. Aber dazu musst du erst mal richtig Gas geben. Und ja, es gibt Menschen, die schaffen das nach zwei, drei Jahren. Die haben vielleicht ein anderes Talent. Die haben sich vielleicht anders damit beschäftigt oder intensiver damit beschäftigt. Aber wenn du richtig gut sein willst, brauchst du 10.000 Stunden. Und lass uns da ganz ehrlich sein. Es gibt Menschen, die können sich am Tag mehr damit beschäftigen. Und möglicherweise gibt es Menschen, die sagen, schaffe ich nicht. Kriege ich mit meinem Kopf nicht hin, kriege ich mit meiner Zeit nicht hin. Und das ist alles in Ordnung. Am Ende ist egal, die 10.000 Stunden, ob du die auf drei, fünf oder sieben Jahre aufsplittest. Du musst dich nur darum kümmern. Und dann gibt es das sogenannte Gesetz der Minimalkonstanz. Und du wirst merken, dieses Gesetz hilft dir, dass du, ja, das hilft dir einfach deswegen, weil du merkst, wow, wenn ich immer an einer Sache dranbleibe, werde ich wirklich gut sein. Deswegen meine Bitte an dich. Guck mal einmal unten drunter in den Online-Kurs. Dieser Online-Kurs hilft dir sofort, einen besseren Wortschatz zu haben. Der hilft dir, massiv nach vorne zu kommen mit richtig guten Übungen, mit PDF-Dateien, die dir helfen. Einfach nur klasse. Du hast kleines Geld, große Wirkung und meine Bitte an dich ist, schau da mal rein. Es bringt dir auf jeden Fall was. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag, hab eine gute Zeit und bis dann.